Ich bin Heike Seber, ich bin seit sieben Jahren Metre im Restaurant Haltes Zollhaus in Berlin-Kreuzberg. Ich habe mich riesig über die Nominierung gefreut. Ich bin natürlich sehr neugierig, wie er dieses Jahr das Rennen machen wird. Mein Team und ich, wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns mal besuchen kommen bei uns im Alten Zollhaus. Und bis dahin wünschen wir Ihnen eine schöne Zeit.